NFL Week 15 Break ist 2018 Donruss Optik Football. Teams on the right, Teams sind auf der rechten Seite. Danke an alle fürs mitmachen. Thanks everybody for the fill. Here we go. 12-Box Case number one. Donruss Optik. Case number 2 kommt nach dem Case 1 durch. Gleich ein Team, gleiche Preise. Wisst ihr da schon mal auf was ihr euch einlasst. Here we go if you look. Number one. So this is an Okay. 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 At least on the first two, right? Nein, du packst mir nicht alle Karten direkt in einen Pack. Das ist die Flotte alles, ne? Alright, here we go. Box number one. Good luck. Viel Glück. Alright, lassen die nochmal im Base. Und auf 50, wie wär's mit Josh Rosen Auto für die Cardinals? Wow, was ein Start. On-Card Josh Rosen für die Cardinals. Und die hat Pixel. There you go. Nice start. Orange Refractor Nummer 250. Na, here we go. Schöner Start. Alright, Rookie ist Sam Donald natürlich. We have Jay Ayaji for the Eagles. We have Devontae Boyd for the Bengals of 290. Rookie ist Royce Freeman. Auf 50. Wie wär's mit Sam Donald on-Card Autograph? Wow, what a Box, guys. Sam Donald and Josh Rosen in one Box? Come on. This is hot. Wow, nice start. So, Case dead. Darnold and Josh Rosen Autos in one Box. Und einer der Rolf, der freut sich. Wow. Das ist aber verrückt, das hab ich auch noch nicht gesehen. Und Josh Rosen Base Rookie. Derrick Henry auf 149 für die Titans. Rookie ist Justin Watson und Mike White. Christian Kirk für die Cardinals. Luke Falk. Und Mason Rudolph auf 25 Rookie für die Steelers. Mason Rudolph auf 25. Black Refractor. Falk. One second. Right. And Case. Blue Tom Brady auf 299 für die Patriots. Refractor. Refractor. Falk. 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 Weiter geht's mit. Ich geh nachher nochmal alle Karten durch, falls ich nicht übersehen. Nur Rookie oder so. Fitzpatrick. Wow. Fitzpatrick. 3 von 5. Green Refractor. 3 von 5. 3 of 5. Wow. Hot Box. Micah Fitzpatrick für die Dolphins. Caballo. Wenn alle Boxen hier zu sind. Nehmen wir mal. Doris Fountain. Rookie. Und wir haben Legend. Tony Gonzalez für die Chiefs. Jordan Ankens. And Bills. Thurman Thomas. MVP Prism. Sind die eine Procase hier? Sieht ja mega aus. Die Karte. MVP. Thurman Thomas. Cool Karte auf jeden Fall. Alright. Next up. Saquon Barkley. Rookie. Für die Giants. Und weiter geht's. Trey Quinn. Redskins. Und Judio Jones. Refractor. Terrain. Edmonds. Und. The Champ is here. Fletcher Cox für die Eagles. Und die Inser sind echt nice. Rated Rookie. Rashad Penny für die Seahawks. Wir haben Mason Rudolph auf 149 Rookie für die Steelers. Deion Kane. Wir haben Drew Brees. Elite Series. Insert. Rookie ist John Kelly. Und Sammy Watkins. Orange auf 199 für die Chiefs. Jerry Alexander Rookie. Und Kylo Letta für die Giants. Wir haben Lamar Jackson Rookie. Und Burnett. Lamar Jackson Refractor Rookie. Für die Ravens. Prism Rookie natürlich. Aber bei Panini heißt es ja nicht Refractor, sondern Prism. Oh man, ich bin auch ganz durcheinander. Das war die erste Box. Ziemlich solide würde ich sagen. Kann so weitergehen. Eine Sekunde. Wie steht's denn bei den anderen Spielen? Ich guck grad nur die Lions. Und die Giants. Oh ihrищ. Was tut mirier dein Video. Oh, das ging. 申shirts B enfermieren. Aber ich war mal mit den Steuern. Cummieren. Mus Aufgabe. Das ist nodes dazu geben. Ich bin sicher. Dreichę. Was ist das? Super, das ist dann für die Viking. Räume, die Zettung haben. Das ist das, was ich zuerstellen. Der Kopf macht das. Ich habe die Vorbereitung. Hi, ich habe die Ausmutter. Ich habe die Einstellung. All right, here we go, Box Nummer 2, wow, ich glaube der Brake dauert zwei Stück ungefähr zwei Stunden. Also here we go, Mark Walton, Rookie, versucht ein bisschen schneller durchzugehen, also wenn ich was übersehe, nicht ernst nehmen, ich sortiere nachher alles nochmal aus. Der is Jules and Peyton Manning, okay die sind da so pro Box eine, aber die sehen cool aus, MVP sieht aus wie so ein rare one per case insert. Fumugali, Rookie, Legend of the Series, Brian Urlacher und Jason Samuels. Wir haben Court and Sutton für die Broncos, Rookie und Lomar Jackson, Drew Brees, Insert, Aitman, Scarborough, Josh Allen, Rookie, Elite für die Bills. Und Orange ist Jake Wienicke, auf 199 für die Vikings, James Washington. Orange Tyreek Hill, auf 199 für die Chiefs. Denzel Ward, auf 50, Rookie für die Browns. Golden Sutton, Larry Fitzgerald, Cardinals, Refractor, äh, Rookie. Äh, Eagles, Avante Maddox. Auto für die Eagles, nummeriert auf 50, 355. Philadelphia Eagles, wer hat die denn? Ich glaube, Thorsten, ne? Weiter geht's. Rookie, Izzo Rookie. Melvin Gordon für die Chargers, auf 299. Orientate Rookie. Tom Brady, Refractor, auf 149 für die Patriots. Der zweite Brady Refractor. Rookie, Leslie. Wir haben Cameron Wake. Und Sean Hamilton. Und, sehr gutes Insel. Big Ben für die Steelers. Big Ben für die Steelers, sehr gutes Insel. Wie heißen die denn? Ach, da oben steht's. Illusions. Oder? Ja, Illusions. Cool. Sehr cool. Bling, bling. Rookie und, äh, Marcus Davenport, Rookie of 299 für die Saints. Die zweite Box war gar nicht annähernd so gut wie die erste. Ich weiß nicht, dass wir die Trex alle weg. Ich habe es sehr gut gemacht. Das war's für heute. Das war's für heute. box nummer drei ryan auf 199 für die falcons christian kirk 2 von 5 rookie für die karte knall zweiter rookie auf 5 christian kirk 2 von 5 green prism jimmy g und auf 50 malik jefferson für die bangles auto red prism auto cincinnati bangles josh adams delvin cook auf 290 that was pulled yesterday already wasn't it to 149 mitchell trubisky ty hilton ryan mcleod josh rosen rookie matt ryan und christopher herrn dorn jackin griffen auf 25 rookie für die seahawks von miller broncos jaleel scott insert wow drew breeze from downtown die wollte der marius doch unbedingt there you go nice drew breeze from downtown very nice congrats marius they're cool they're cool drew breeze from downtown kiki kutay rookie sam brown rookie mike use rookie kiki kutay rookie sam brown rookie mike use rookie kiki kutay rookie derrick kaw radars orange is nick chub philie browns from the 90s also pearl uh nelson egola but the georginio was also the base or the auto 101 the boy kik 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 Genau. Das war's für heute. All right, here we go. Next box. Jimmy Garoppolo on James Rucki. Chambers here, Jake Elliott for the Eagles. Then gives Nelson Rucki and DJ Shark. We have a Malik Jefferson Rucki. Barrios Rucki. Then Marino for the Dolphins. Blue is Jester Wee or Weah to 299. Karin Johnson Rucki. Black, Jarek McKinnon. For the 49ers of 25. McKinnon, 49ers. Thomas glaube ich, ne Hector? Jep. Rucki für die Saints und Justin Watson auf 149 für die Buccaneers Rucki. Wir haben Sonny Michel und Le'Veon Bell, Fitzpatrick. Und auf 50, ne auf 99 Auto Hayden Hurst für die Ravens. Hayden Hurst. Baltimore Ravens. Nice. Mike Izicke, Rucki. Alvin Kamara on Cantrell. Blue is Carson Wentz at 299. Red, Blake Bortles of 99. Le'Andre Hopkins Prism, Richie James. Track One Smith. Calvin Benjamin of 50 für die Bills. Schultz. Naheim Hines. Carrion Johnson. Blue auf 299. Für die Lions. Tennelly. Und Mason Rudolph. Nein! Hat er den gefangen oder was? Da machen die einen Tag. Habt ihr das gesehen? Die Vikings. Hail Mary zur Halbzeit hier. Machen die den Tag schon. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Unglaublich. Hä? War das nicht Mason Rudolph? Ich war grad die letzte Karte, die wir getrunken haben. Er, was ich als ich etwas nicht? mysterious. Ich war nicht. Er hat sie keinen Hunger. Er hat er was für ein Karte mit mir, und es war in ihrer Karte. Er hat michein. Erh... Oh, das war. Also war ich. Ich hab dich schmeißen, Es ist egal, ich hab dich. Ach. Ich sage die Ohne, da ist ganz gut. Ich hab dich. hier we go next box orange track one smith 50 seins auf 199 rucki prism david johnson und mason rudolf an der mason rudolf war für die stilers genau auf 75 euro nice für die stilers zweite schon oder weiter geht es mir für die falcons auf 50 und ronald jones ist second und das für ein reflektor rated rookie keine ahnung wie heißen leider ist nicht nummeriert weiter geht es fletcher cox für die eagles rasha penny rookie für die seahawks tom brady refractor auf 299 nummer 3 in dem case schon dritter brady refractor unglaublich adam dielen auf 149 für die vikings terrell socks eight man baker mayfield rookie carson wentz auf 50 michael trubisky auf 299 für die bears dj shark mike white fumigali nick chop für die browns auf 299 ray ray mcleod various vita wer und elikiel elliott illusions insert für die cowboys karen johnson rookie jeshaun watson und kurt banker kinder darfst du Alex 口 karen ok Crowder f Das ist gut. Ich habe es sehr gut gemacht. Das war's für heute. All right, here we go, Box Nummer 6, Barriers of 299 für die Patriots, Rookie, wir haben Deshaun Watson, Darren Payne, Ronald Jones, David Williams und from downtown Aaron Rogers, sind nicht normalerweise nur eine pro Case? Wow, Aaron Rogers from downtown, nice, Packers und die hat Christian, wow, gibt es nicht, also vielleicht liege ich auch noch falsch, ist nicht normalerweise eine pro Case nur? Wo sind unsere Experten? From downtown Aaron Rogers. Scandling, Mike White, Ask Atkins, Blue is Edmunds für die Bills von 149, Ray Ray McLeod, Gallup, Cowboys und MVP, Marcus Allen für die Raiders, Herrn Don, sind mehr in Optik, echt? Wow, Nelson of 299, Big Ben of 299, also sind sie gar nicht so wertvoll wahrscheinlich, oder? Ezekiel Elliott, Jimmy G, Austin Brühl, und wow, das ist ein dicker, Jersey Auto, 12 of 35 für die Packers, Marcus, Marcus Valdez Scandling, Patch Auto auf 25, Marcus Valdez Scandling, okay, wusste ich nicht, sorry, Peyton Manning, Josh Rosen, Rookie, Miles Garrett auf 299, nee, auf 199, nee, auf 199, Entschuldigung, Jerry Alexander, Alex Collins auf 99, T.Y. Hilton und Fumogali. All right, halfway through, Box von Masibi. All right, halfway through, Box von Masibi. alles Ganze zum Yas? All right, keys... All right, weg? All right, books von Masibi. All right, hier! scale deine Ecke aus, wo das jetzt Precis Nothing? Das war's für heute. Ok, eine pro Kälte dann, also doch. All right, here we go, an extra pack, an extra box. Warton Donruss, okay. Leslie, Rookie. Gronk. Hamilton. Conklin. DJ Shark, Rookie. Oh, Redemption. Könnte was Gutes sein. Der Sean Watson, Mike Hughes. Der Sharp, Penny und Mike Izzicchi. Red ist, that is good there, auf 99 für die Eagles. Prügel. Echt? Wow. Das ist heftig. David Johnson. Für sie sind ja echt nichts mehr wert. Sonny Michel. Marshawn Lynch für die Raiders, auf 25. Jawohl. Marshawn Lynch für die Raiders, auf 25. James Winston, auf 99 für Bucks. Karin Johnson, Patrick Mahomes, Michael Strahan, Payne, Fitzpatrick, auf 2,99 für die Dolphins. Nächsten Rudolf, Larry Fitzgerald, auf 2,99 für die Dolphins. Ja, bisschen, bisschen blöd. Naja. Here we go, Redemption haben wir noch. Viel Glück. Komm on, was fettes bitte. Donners Optik. Rated Rookies, Autographs, Holo. Rated Rookies, Autographs, Holo. Ist die anders nummeriert? Die gibt es doch gar nicht. Jetzt nochmal nur als Holo-Reprint. Ist das gleiche? Nein, das ist gar nicht. Da gibt es noch eine. Achtung. Die sind auf 99. Und dann schauen wir mal, wen wir haben. Viel Glück. Karte Nummer 169 ist Bradley Chubb für die Broncos. Dennis. Denver Broncos, also auf 99 sind die. Holo hat sich so nach 101 angehört, deswegen habe ich nachgeschickt. Die 35 Basketball hießen die Light Blue Hole als Wunderwund, deswegen dachte ich, vielleicht haben wir Glück. Aber nein, weiter geht's. 5 Boxen haben wir noch. Solide Case bisher, 2 Super Nice Rookie Autos. 2 von downtown, 2 auf 5. 3 Brady Refractor. Nein, dann geht das mal schon hier. 2 von. 1 bis 5. 2 bis 5. Ich habe mich sehr, sehr gut gemacht. hier we go next box orientate zwei von fünf rookie für die bangles war die nächste auf 5 los heute green prism auf 5 für die bangles dritte rookie nicht schlecht bangles war das letzte team im filler nutze iron rogers illusions die sind ja nicht nummeriert denke ich mal alles die gleichen fans of the game chris evans wäre außerdem nur für die pages nur mal so erwähnt die gibt es auch mit autos glaube ich wir haben uns justin jackson auf 199 orange melvin gordon auf 199 terror socks auf 149 courtland saturn tom brady for the patriots prism hayden hurst ravens des sean watson of 2 990 trey a tremaine admins of 199 für die bills lamar jackson wir haben andrew luck dalton schultz und braxton barriers auf 125 autograph für die patriots der geht name heinz colt darren payne und james washington luke folk leslie antonio brown cantrell derris jews malik jefferson insert is terry bradshaw für die steelers samuels und das war's für diese box und das war's für diese box hier jetzt die 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 Das war's für heute. So, es gibt doch viele Refractor, viele Karten, viele Teens. Nein, hier ist es auch. Nichts Box. Vier Boxen noch. Wir haben Nehm Heinz, Rookie. Jordan Leslie. Black of 25. Anthony Miller für die Bears. Black Prism auf 25 für die Chicago Bears. Moritz auf die Bears. Vendor Ash, Olo Becken, Hamilton. And, to 110, auf 110, Anthony Miller für die Bears. Miller Box. Ja, okay. Ja, es hält halt lange auf, ne? Ich versuche mich schon ein bisschen zu beeilen. Williams. Sag von Barclay, Rookie, Refractor. Sollte zumindest Prism. Ich meine Refractor sind wir heute. Zu viele Tops gebrägt. Burnett auf 2,99. Und Rookie für die Smith. Smith. Für die Dolphins. Sag von Barclay. Und Explosive. Die sind ja geil aus. The Von Dix. Wow. Sehr cooles Insert. Die muss man, glaube ich, live sehen, um es so einschätzen zu können. Aber die sind schon richtig cool. Also, nicht schlecht. Vikings. Sehr schick. Weiter geht's. DJ Moore. Mason Rudolph. Black. Cam Newton. Auf 25. Wow, wir haben auch viele tieflimitierte Parallelsen bisher. Cam Newton. Für die Panthers. Stefan. Diesmal. Hat sich doch gelohnt. Hayden Hurst. 149. Also, weiter zurück. Meint ihr. Joe Flacco. Payne. And the Sean Watson from Downtown. Wow. Ich find's schade, dass hier echt so viele in die Cases machen. The Sean Watson from Downtown. Für die Texans. Marius Dabrowski. Fans of the Game. Chloe Kim. Hat kein Team angegeben, glaube ich. Ne. Wäre dann also random wins. Ich weiß nicht, gibt's hier mit Auto in normalen Donners Optik auch. Shaquem Griffin auf 2,99. Rookie. Devontae Bucke auf 2,99. Jimmy Garoppolo auf 2,99. Äh, 149. Gronkh. Das war's mit der Box. Das war's mit der Kampagnen. Die Kampagnen. Die Kampagnen. 3 Boxen haben wir noch. Also, die letzten Teams haben wir noch in Chrome EPL. Case Nummer 3. Chrome EPL. City, Chelsea. Manual ist noch da. Watchbird und Stopped off Hampton. Auch cool. Wer ist die denn? Ich hab's früher versucht, immer die Zusammenarbeit. Ich hab's mal was anderes. Ich hab's noch keine Zeit geguckt. Okay. Danke. Also kein Besonderer dabei jetzt, ne? Okay. Okay. So. So. One Matthew Bear retainer. So. Alright. Here we go. Next Box. Wilkins Rookie. Blue ist Naim Hines auf 2,99€ für die Colts. Alex Collins auf 2,99€. Sammy Watkins auf 1,49€. Terrell Sox. And, wow, Calvin Ridley von Downtown, Nummer 4. Falcons von Downtown. Calvin Ridley, Rookie, ne? Ist doch Rookie, ne? Ja. Oder war das letztes Jahr? Ne, dieses Jahr meine ich. Mike Iziki. Phillip Rivers auf 2,99€. Jonathan Ogden für die Ravens und DJ Shark. Drew Brees. Und Ito Smith auf 1,25€ für die Falcons. Falcons Fox heute. Ito Smith. Wir haben Sam Donald auf 199. Jets. Ito Smith. Justin Jackson. Mason Rudolph. Maddox. Amari Cooper auf 50€ für die Raiders. Malvin Gordon für die Chargers. Godair auf 99€ für die Eagles. Kendricks für die Eagles. Und Christian McCaffrey für die Panthers. Und Christian McCaffrey für die Panthers. Was ist das Captain America? Ich war gerade noch überlegen. Vielleicht dachte ich, es ist vielleicht ein anderer. Die dürfte also ganz beliebt sein eigentlich schon mit Auto. kann man reden dann? Ich bin keinem. Es ist sehr schön. zwei boxen noch jungs ich poste case nummer zwei gleich noch nach dem break ist dann angesetzt für irgendwann die woche durch die feiertage durch irgendwann 299 war für die texans wir haben akins mark walton bangles und auf 25 courtland satten black prism autograph broncos dennis und gleich noch mal die normale antonio brown die sand brown davenport und jester weir diese nicht nummeriert für die texans michael erwin kopf jr jimmy garoppolo mvp adrian peterson darrys jews marcus mariotta auf 199 für die titans fuma gali auf 99 für die broncos prescott für die cowboys sag von barkley auf 199 für die giants ja cool wo scarborough davonte freeman auf 299 auf 99 kirk collins tyreek hill michael gallop all right let's the box come to you und da rein und da und da und 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 ich Nice box. Oh, die Auto ist auf 15. Oh, die. All right, here we go, Letcher Box, Viel Glück, Charles, rauskommt, Sam Brown and Explosive, A.J. Green für die Bengals, so schönes Insert Set hier, Freeman, Rookie, Sanders, Williams, Deris Jues auf 149, Golden Tate auf 299, ich muss gucken bei Tate, nein, steht noch auf Lions, David Johnson, Cardinals, 299, wir haben Emmett Smith für die Cowboys und Mike White, Mike Hughes auf 149, Matthew Stafford, Christian Kirk, Carson Wentz auf 199 für die Eagles, Ian Thomas, Rookie, Big Ben und Dallas Goddard auf 125, Autograph für die Eagles, die sind immer so gekriegt, also nicht wundern, das passiert bei vielen, Chrome und sowas aus. Dallas Goddard für die Eagles, Michael Schultz, Marshall Penny, Edling, Rookie auf 299, Calvin Ridley, Jack Prescott Payne, Miles Garrett, Calum Baylor, James Washington, Nick Chubb und das war's. Also, ich mach eben ein Recap, wir haben das Giveaway natürlich. Alright, also, das war Optik Nummer 1, wir machen eben was random für die Teams, eine Sekunde, also, here we go. Giveaway, NFL Week 15 Giveaway. Viel Glück, wer oben landet, kriegt 25 Euro Break Credit und ist im End of the Season Giveaway für das Case Tops Hightech 2015. Viel Glück, Snake Eyes is Reroll, wir gemischen durch, 9 mal, good luck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann letztes Mal viel Glück. 9, Detroit, wow, da nehm ich einmal nicht die Lions. Congrats Dennis, du gewinnst 25 Euro Break Credit und bist im End of the Season Giveaway. Alright, kurzes Recap vom Break. An und für sich ein schönes Produkt, war nette Hits dabei gehabt, die erste Box hat sowas von gerockt, aber wir machen nochmal hier eine kurze Zusammenfassung. Also, Autos, Dallas Goddard für die Eagles Auto auf 125, Sack von Barkley Rookie auf 199 für die Giants, Courtland Sutton auf 25 Autograph für die Broncos, Ito Smith für die Falcons auf 125, From Downtown, Calvin Ridley für die Falcons, The Sean Watson für die Texans, Cam Newton auf 25 für die Panthers, Explosive Stefan Diggs für die Vikings, Sack von Barkley Prism Rookie für die Giants, Anthony Miller Autograph für die Bears auf 110, Anthony Miller auf 25 für die Bears, Braxton Berries Auto für die Patriots, Orientate für die Bengals auf 5, 2 von 5. Dann hatten wir Broncos, Bradley Chubb Auto auf 99, Marshawn Lynch auf 25 für die Raiders, Patch Auto war Walvis Gantling für die Packers auf 25, Mason Rudolph für die Steelers auf 75, Hayden Hurst auf 99 für die Ravens, auf 25 McKinn für die 49ers, Shaquille Griffin auf 25 für die Seahawks, Malik Jefferson für die Bengals auf 50 Auto, Big Ben Rittlesberger Illusions Insel, da hat man mehrere von, ich habe das nur die, die ich ja jetzt gezeigt, Maddox für die Eagles Auto auf 50, MVP Thurman Thomas haben auch mehr von, die sind nicht nummeriert, auf 25 Mason Rudolph, Raiden Rookie, dann die schöneren Hits, fangen wir an mit, From Downtown, Aaron Rodgers, wir hatten 4 Stück insgesamt, Aaron Rodgers sowie Drew Brees für die Saints, sehr coole Insights, dann hatten wir auf 5, Dritte, Maika Fitzpatrick für die Dolphins auf 5 Rookie und Christian Kirk für die Cardinals auf 5 Rookie und die 2 Top Hit Autos, Josh Rosen auf 50 für die Cardinals, wird hier gerade nicht, sowie Sam Darnold für die Jets auf 50, beide in einer Box, in der ersten Box, crazy. Das war's für den Break, danke an alle, bis mitmachen, Case Nummer 2 poste ich als NFL Week 16 Break jetzt gleich, okay, also danke an alle, bis dann, ciao, bis.